Das peinliche Safari-Erlebnis mit randvoller Blase im Jeep. Nie zuvor in seinem Leben musste Christian derart dringend pinkeln wie auf dieser Safari-Tour. Doch an ein Verlassen des Fahrzeugs ist mitten in der Wildnis nicht zu denken. So kämpfte er mit dem stetig steigenden Blasendruck, ganz zum erotischen Vergnügen einer hübschen Mitreisenden. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de